Rick, du bist der härteste. Und Miriam, ganz ehrlich, hoch Achtung. Du hast deinen Orden verdient. Brauchst du Wasser? Das Auge, doch. Spül mal aus. Spül aus. Ja, spül aus. Spül mal aus. Rick, und werdet nur für eine Stunde? Wir haben auch immer... Scheiße, unser Auto ist zu weit weg. Ja, ausziehen, ausziehen. Ausziehen, ausziehen. Das ist ein anderes Programm, ne? Ja, gut. Die Polizei hat die Muckis nicht gesehen. Wollte eigentlich passen, oder? Perfekt. Ihr seht, es wurde hier mit CS-Gas rumgeschmissen. Es sind Frauen, Kinder, normale Bürger dabei. Das interessiert keinen Menschen hier. Und ihr meint, wir sind die Bösen, wir sind Nazis, wir sind alle Hutträger. Meint ihr das wirklich? Ist das euer Ernst? Es geht hier um unsere Demokratie, um unsere Freiheit. Dafür kämpfen sie. Dafür... Dafür... Das ist doch ein Rekülverlauf. Nee, ich lasse... Machst du eine Gründung? Herr Wichtner ist wieder voll an der Front. Respekt vor diesen Menschen, weil er kämpft wirklich für uns. Das ist ein Ehrenmann. New World Order. Ich hab eine viermalen, die ich eine Masse den müssen. Das ist ein Letzirk. Da ist eine sehr große Vermutlicher. Komma, der Abgeordnete ist Anfang. Ich habe einen Platz, ich bin auf den Ho spoiler. Okay, auf den holden wir. Look at all of them. Die sind alle Sprecher. Das ist ein Krieger. Das sind die Krieger. Das ist ein 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 Krieger. Ja, danke. Ja, danke, danke. Und was wir mit uns getroffen waren waren Vomits. Wir kamen hier mit Riesen, mit Liebe und wir kamen hier mit Vomits und wir kamen hier immer wieder. Und das ist das Land, das unser Planeten ist in. Wascht eure Hände, die wascht euer Gehirn. Ja, ja, ich bin hier. Ich bin jetzt hier.